Grüß euch Freunde! Das ist heute die Wiederverwertung eines Videos, also ein Reupload. Das Video ist aus meiner Streckenserie rund um Mariazell und eignet sich auch hervorragend als Linienstudium und Ergänzung zu meinem kürzlichen Beitrag die richtige Linie. Ich fahre hier auf einer meiner Lieblingsstrecken, den Oggsattel von St. Egid, rauf zur berühmten kalten Kuchel und die Kamera ist dabei links am Motorschutzbügel montiert und zeigt das Vorderrad. Hier sieht man gut, wo ich mit dem Reifen nämlich tatsächlich fahre. Die Geschwindigkeiten sind am Oggsattel durch die kurvige Streckenführung generell nicht sehr hoch. Die Oggs-Heizer tauschen ja gerne sogenannte Pestzeiten von der ersten Kehre bis zum Ortsschild aus. Ich fahre hier einen Einzylinder auf sauberer und sicherer Linie und ich bin damit praktisch nicht langsamer, als ich es mit meinen Supersportlern immer war. Ich freue mich wie immer über eure konstruktiven Kommentare. Das funktioniert super mit euch bei meinen anderen Videos. Natürlich kann man es nicht immer allen recht machen und wenn ihr Kritik übt und nicht meiner Meinung seid, bitte nicht scheu sein, dann bitte nicht nur einen Daumen nach unten geben, sondern auch reinschreiben, warum ihr und was ihr schlecht findet. Also, danke fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Tschau. 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 Das war's für heute. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 ZDF für funk, 2017 ZDF für funk, 2017 ZDF für funk, 2017 Ich bin der Leer, ich bin der Leer, ich bin der Leer. Untertitelung des ZDF, 2020 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 ZDF, 2020